Schauplatz Dresden, Schauplatz Rudolf-Habich-Stadion. Jedes Mal aufs Neue, einfach Gänsehaut. Endlich zurück im heimischen Fußballtempel. Ich glaube, dass du schon in den Katakomben hörst, was draußen los ist. Die Unterstützung von unseren Fans, das ist schon sensationell. Die Vorfreude ist bei allen greifbar, selbst beim Gegner. Es ist schon geil, wenn man gegen Dynamo gleich am Anfang spielt. Da ist man schon sehr heiß auf das erste Spiel. Der beinahe Aufsteiger gegen den Absteiger. Wem gelingt ein erstes Ausrufezeichen? Wir haben es nach dem letzten Spiel gesagt. Nächstes Jahr ist unser Ziel der Aufstieg. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine komplett neu formierte Mannschaft. Doch einer ist geblieben. Besser gesagt, der eine. Arminia-Legende Fabian Klos. Diese Größe muss man dann erstmal haben. Zu sagen, okay, ich habe das irgendwo mit verbockt. Ich würde es gerne auch wieder gerade rücken. Das finde ich, da ist es meine Hochachtung. Respekt neben dem Platz, Rivalen auf dem Rasen. Kutschke gegen Klos. Dresden gegen Bielefeld. Ein Duell, das alles verspricht. Jedes Mal aufs Neue. Einfach Gänsehaut. Dynamo gegen die Arminia. Morgen ab 16 Uhr live bei Magenta Sport. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.